Ich möchte selber vielleicht sogar die große Richtung mitbestimmen dürfen. Ja, so wie ein Fisch nur im Wasser ein fischwürdiges Leben leben kann, so kann auch der Mensch eigentlich nur in der Demokratie ein halbwegs menschenwürdiges Leben leben. Wir sind auf die Welt gekommen mit der Fähigkeit zu denken, selber zu entscheiden über unser Leben, welche Richtung wollen wir gehen, was gefällt und sowas nicht. Und die Demokratie ermöglicht das. Alle anderen Staatsformen schreiben mir vor, was ich mögen soll, was ich denken soll. Aber was mache ich dann mit diesen dann brachligenden Fähigkeiten? Also ich möchte selber vielleicht sogar die große Richtung mitbestimmen dürfen. Das geht aber nur, wenn ich wählen gehe und Teil dieser Demokratie bin. Alles andere ist menschenunwürdig. Also wenn ich frei im See des Lebens herumschwimmen möchte, dann geht das nur in einer Demokratie.